Ich habe euch gefragt, ob ihr mir mal ein paar Ideen schicken könnt an Dingen, die ich in Minecraft mal so machen soll. Und ihr habt mir auch ganz viele Ideen geschickt. Und das ist jetzt auch erstmal cool. Nur es gibt ein Problem. Bau mal einen Penis aus Dirt. Eure Ideen sind komplett scheiße. Richtig scheiße. Dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was für kreative Ideen ihr so hattet. Doch bevor das Video losgeht, Freunde, ihr kennt es bereits schon, nur ein kleiner Teil, der meine Videos hier schaut, hat meinen Kanal auch abonniert. Deshalb lasst jetzt ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem komplett dummen Video. Let's go. Bau mal bitte einen Riesenpimmel. Fällt euch wirklich nichts besseres ein, als dass ich irgendwelche Penisse baue in Minecraft aus Dirt? Was soll als nächstes kommen? Soll ich die gesamte Minecraft Welt voll mit irgendwelchen Dirtpenissen bauen? Bau mal alles voll mit Pimmel, ahahahahaha. Freunde, ich mach das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen... Ich hab's getan. Ich hab... ich hab's getan, Freunde. Hier hinten haben wir eine Penishochzeit, wo zwei Penisse gerade heiraten. Hier meine Penispyramide. Oder hier vorne vier Penisse am Lagerfeuer. Mein persönliches Highlight ist aber... Der König der Penisse. Und ja, Freunde, das ist kein Scherz. Ich habe hier überall Penisse platziert. Überall. Ihr wollt wissen, wie lange das gedauert hat? Lange. Viel zu lange. Hackt mal auf einem Server. Ihr wisst genau, welcher Gag jetzt kommt. Ich weiß, dass ich lustig bin. Das braucht ihr mir nicht zu sagen. Unter Wasser Obsidian abbauen. Unter Wasser mit der Hand und Abbaulähmung. Viel Spaß. Freunde, ich kann nix dafür. Ihr habt mir das vorgeschlagen, dass ich das machen soll. So, ist weg. Nach Dreams Bootklatsch nach. Okay, Freunde, ich probier's. Wir müssen nur das Perfekt timen. Gegen Freunde in Lieberleben feiten. Und dazu habe ich mir die beste Person herausgesucht, die Zeit hatte. Oh, die gute Alte, diese App, die kenne ich noch von früher. Schau dir gleich auf die Flüsse. Komm hier. Stell dich. Wie ein Mann. Geistet. Wie ein Villager-Leben. Und was machst du hier gerade so? Ey, Jungs, ihr findet hier eigentlich mein Outfit. Wie? Ich habe wenigstens ein Sixpack nicht so wie ihr. Was geht bei dir heute noch so? Heute Abend? Ein bisschen Party bei dir? Ja, wie? Habt ihr noch keine Ahnung? Habt ihr noch nicht überlegt, Jungs? Wie könnt ihr bei mir eine fette... Hä? Hä? Warum geht ihr jetzt schon pennen? Und wo soll ich schlafen? Wo soll ich... Ja, wie? Hä? Ich brauche doch auch ein Bett. Alright, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Video. Bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Euer Hayden Yousley. Tschau. Und Freunde, schickt bitte beim nächsten Mal ein paar bessere Vorschläge. Danke. Max Payne. Ja, Max Payne 3. Ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres. 2012. Wie schnell. Ein Herz! Du hattest ein Herz! Ja, ja, ja. Ich bin gut drauf. Ja, das ist ein Herz! Du nemmest kas. Das plaisir!